Untertitelung des ZDF, 2020 Rechtsextrem motiviert bewertet, andere nicht. Bei Klaus-Dieter Gehricke zum Beispiel sah das Gericht einen Raubmord. Ihm wurden damals eine Dose Bier und 25 Pfennige abgenommen. Musste er allein deshalb sterben? Journalisten des Tagesspiegels und der Frankfurter Rundschau bewerten den Fall anders. Sie sehen, anders als das Gericht, einen rechtsextremen Hintergrund. Jetzt überprüft das Bundeskriminalamt solche strittigen Fälle neu. Bisher mussten mehrere Kriterien wie Obdachlosigkeit, ausländische Opfer oder die Zugehörigkeit zu einer Religionsgruppe erfüllt sein. Jetzt reicht ein Kriterium und der Fall wird erneut überprüft. Man will gründlich sein, nicht, dass wie bei der NSU-Mordserie etwas übersehen wird. Deshalb hat das Schweriner Innenministerium jetzt fünf bisher ungeklärte Fälle an das BKA gemeldet. Das BKA hat einen neuen Maßstäbe angelegt, in dem weniger Kriterien möglicherweise schon zu dieser Betrachtung führen können. Und insofern haben wir fünf weitere Fälle gemeldet. Die werden jetzt geprüft, ob Schnittmengen mit anderen Ländern besteht. Und wir werden das Ergebnis abwarten. Für die Opposition im Schweriner Landtag geschieht dies alles zu spät. Damals hatte man uns gesagt, das ist nicht notwendig, das ist alles schon mehrfach geprüft worden, das brauchen wir nicht. Nun auf einmal eine Kehrtländung, 180 Grad. Er ist falsch herangegangen. Er hätte von vornherein sagen müssen, wir untersuchen alle Motive, auch das rechtsextremistische Tatmotiv. Und dann hätte man zu einem Ergebnis kommen müssen, dass das ausgeschlossen wurde. Dafür trägt er die politische Verantwortung. Klar aber bleibt auch, es muss keineswegs so sein, dass die ungeklärten Fälle, die jetzt gemeldet werden, tatsächlich später durch das BKA als rechtsextrem bewertet werden. Bisher, so der heutige Stand der Ermittlungen des LKA, gibt es dafür keine konkreten Anhaltspunkte. Ich habe einen schönen Tag, der Ermittlungen des LKA, gibt es dafür keine konkreten Anhaltspunkte.